ja zwei drei runden dann mache ich erst mal abendbrot macht das leer willst du dafür tor kommen oder nur so mitspielen habe ich schon beantwortet bin fix ach so hast du schon beantwortet ja mega 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 so kommt rein ihr habt noch eine minute 30 ich habe noch eine minute 30 zum beitreten ganz entspannt leute cookie leer ja gut gelehr ja will torken ja lehrer ist ein kleiner talk maus lehrer ist eine talk maus ja nicht wahr lehrer du bist eine talk maus ja also jeder der was anderes sagt lügt echt mal es gibt auch viele die es nicht auch als geschmackssache hast du schon gesehen juni ist den das video oder hat dir dein bruder schon gezeigt ja mega na ja das war so ein schöner absprung darüber wie sagt er sich nicht festgehalten hat keine kraft mehr gehabt wunderbar ich bin glaube ich raus ja ja hallo hi lang du schaffst es scheiße 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 oh mann ey wir sind hier raus ach komm marcel was ist denn jetzt alle auju irgendwas was nochmal ja keine ahnung ey hallo schweb alwalui der hat gefollowed oder hat nen sub da gelassen keine ahnung ja danach aber auch mega nehm ey 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 ey